Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Meinen Sie. Wir sind hier im Observatorium und das ist ziemlich eklig hier lang zu laufen. Wo geht's denn hier hoch? Hier kommt man hoch, hier kommt man rein, aber... Kommt man nicht weiter, warte mal, wo kommt man denn hier? Nein, nein, weh, du bist wieder gefallen. Scheiße bin ich, aber... Wollen wir es lieber lassen? Oh, fuck. Oh, krieg ich einen Schrecken, ey. Alter, ganz unten bist du? Ja, so halb. Man muss auf jeden Fall noch weiter höher kommen. Fuck, man. So. Ja. Gut, dann müssen wir mal kurz unterbrechen. Wir sind gleich wieder da. Ja. Schade, hier komme ich nicht höher. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben eben kurz eine Aufnahmeunterbrechung gemacht. Ja, und jetzt ist der Server sowas von voll. Ja. Also jetzt müssen wir wirklich vorsichtig sein. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich hier gerade hochkomme. Ich habe irgendwie gerade Schiss hier so, da hinzuspringen. Okay, geschafft. Huh. YouTube hat mal wieder eine Mail geschrieben. Oh, was ist denn nun los? Jetzt komme ich wieder nicht rauf. Oh. Okay, hier geht es weiter. Oh mein Gott, ey. Der Server ist so voll. Echt? Ja. Ich komme gar nicht rauf, irgendwie. Oh. Oh. Huh. So, Crafting Table. Nämlich irgendwas Craften, Craften, Craften. Nö. Oh, jetzt bin ich drauf. Ah, shit. Was ist? Oh, ich bin von runter gefallen. Ja, das hat man gehört. Oh mein Gott, okay. Zehn Pfeile. Und eine Granate. Ich habe aber keinen Platz mehr. wozu braucht man Kakteen? Scheißegal. Kakteen, da kannst du so anderen den Weg versperren. Ja, okay, hier oben war echt nichts drin. Also bleib unten. Hier waren irgendwie 20, 30 Pfeile drin und eine Granate. Ich musste den goldenen Apfel essen, damit ich wieder Leben bekommen. Okay. Und hier unten ist alles voller Zombies. Echt? Zumindest habe ich das Gefühl. Also hier oben ist man auf jeden Fall sicher, ey. Ich gehe mal auf die erste Stage hoch, ne? Ja, ich gucke gerade mal, wie ich hier sicherer wieder runterkomme. Hier, ist die Kiste wieder gespawnt? Oh, der will viele Pfeile. Nice. Okay, ähm. Ja, ich sehe dich da oben. Ja, ich gucke los, wo ich hier runterkomme. Machst du das Mikrofon nochmal ein Stück weg? Ja. So? Jo. Danke. Okay. Ich höre nur die Tasten klappern. Oh, Musik muss ich vielleicht anmachen. So, jetzt bin ich wieder da. So, Musik läuft auch wieder. Wo bist du? Ja, ich komme jetzt wieder runter. Ja, da bist du. Alter Schwede, ey. Weißt du, eigentlich stand ich auf dieser komischen Stage. Hm. War irgendwie... Ist der da? Geht die Sonne gerade auf? Ja, die Sonne geht auf, das ist gut. Sehr gut. Und da bin ich wieder. So, äh, ich würde sagen, ich gebe dir ein paar Pfeile ab. Ne, ich habe genug Pfeile. Wie viel hast du denn, du? Äh, äh, 38. Oh, gut, okay. Du? Äh, 30, 40, 46. Okay. Okay, dann lass abhauen. Ja, lass hier runter. Okay. 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 Äh, warte, wo wollte ich jetzt hin? Nach Barzell. Barzell ist da. Also, in Nordwesten. Okay, auf. Los geht's. Weg hier. So, ich muss mal kurz was essen. Was habe ich denn hier noch klein? Stimmt, der Server ist gerade ziemlich voll. Der ist richtig voll. Schade, aber okay. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet, also eigentlich gar kein Problem. Außer, dass wir immer noch kein Rosenrot haben. Ja, warte doch mal auf mich, Mensch. So, rechts neben dir ist ein Zombie. Oh, da sind ganz viele Zombies. Ja, eben. Ja, links. Links. Von Barzell können wir, ja, okay, dann weiß ich, wo wir dann hingehen. Okay. Also, erst nach da, dann nach da. Oh Gott. Also, habe ich jetzt für meine Zuschauer gezeigt, ne? Du konntest natürlich nicht sehen. Nee, äh, ja. Und bei mir lädt die Landschaft ziemlich langsam gerade. Okay. Jetzt kommen wir nämlich in die Wüste, genau. Da halte ich sie hier gar nicht, ey. Scheiße. Ja, das hatte ich beim letzten Mal. Oh, hier ist wieder Land, aha. Ja. Noch 150 Meter. Okay. Ziemlich hügelig hier, ne? Ja. Da kann man das Gebäude sehen. Also, ich weiß nicht, ob du das schon sehen kannst. Doch. Kann ich auch schon sehen. Das ist Barzell, oder was, sagtest du? Ah, okay. Ich sehe keinen Namen, das ist schon mal gut. Ja. Ich auch nicht. Ist das ein relativ kleines Dorf? Mhm. Keine Kisten, nichts? Ne. Wo geht's hier lang? Ne. So, am anderen Haus ist... Jetzt wäre ich hier fast runtergekommen. Was denn? Am anderen... Oh, da ist ein Zombie, okay. Wo bist du? Ähm, Haus nebenan. So, ich gehe mal gegenüber, ne? Ja, da ist ein Zombie irgendwo, habe ich gesehen. So, nochmal 10 Pfeile und ein Steinschwert. Sehr gut. Dann kann ich die Steinschwerter jetzt zusammentun. Zack, und jetzt habe ich wieder ein fast heiles Schwert. Geht gut. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch Rüstung. Ja. Ja. Und da habe ich auch schon meine Kettenhose. Okay. Komm, komm, was lassen wir da? Schlägst du gerade ein? Ja, ich habe hier ein Zombie. Achso, äh, ist Eisen besser oder Kettenhose? Äh, ich glaube Eisen. Ja. Willst du die Kettenhose haben? Ja, gerne. Liegt vor dir, genau. Okay. Ja, hier ist nichts mehr. Hier drüben? Warst du hier drüben? Ja, da war ich schon drinnen. Okay, dann können wir jetzt weiterlaufen. Ja, pass auf, da läuft ein Zombie. So ein Wild Westdorf hier, ne? Ja. Hier lang. Mal schnell, bevor der Zombie kommt. Sind 370. Hier sind Gräber. Wollen wir die mal ausgraben? Können wir das? Nee. Ich versuch's mal mit der Spitzhacke. Wow, wow, wow. Komisch, können wir nicht. Alter Schwede. Aber hier ist eine Kiste. Old Schwede, komm, vergess es. Okay, komm mit. Warte, hier sind doch noch Sachen drinnen. Echt? Manchmal. Okay, hier jetzt aber nicht mehr. In dem Eingrab war eine Kiste drin. Okay, auf geht's weiter. Nur mal kurz was essen. Gut, ich hab fast volles Leben, außer ein halbes Herz. Ich hab viereineinhalb Herzen. Oh Gott, okay. Ja. Wo gehen wir jetzt überhaupt hin? In Norden weiter? Nach Oasis. Okay. Das ist Nordosten. Ja, 250 Meter. Oh gut. Geil, geil, geil. Und dann sind wir schon relativ weit oben. Also. Ja. Sind wir ja jetzt schon. Ein Drittel sind wir schon gelaufen. Also, ein Drittel von der Höhe der Karte. Ja. Ich glaub, wir haben echt Glück gehabt, dass so wenige online waren. Ja. Und wir dann so hochgekommen sind. Richtig. Da sind wieder Bäume. Ah, das sieht doch nach Oasis aus. Ja. So, einmal ranschleichen hier. Aber ist kein Name zu sehen. Ne. Mal trinken. Ja. Hier ist nichts. Okay, Melone und ein Pilz. Okay. Nur Melonen. Okay, und wo jetzt hin? Äh, jetzt laufen wir. Das habe ich irgendwie nicht eingezeichnet. Doch da. Jetzt müssen wir 700 Meter laufen. Nord-Ost. Nord-West meinst du? Ja. Hast du es nicht so mit in der Milzrichtung, ne? Ja, doch eigentlich schon. Glaubst du? Ja, wo ist die Sonne? Okay. Schwimmen. Ja, jetzt müssen wir wieder schwimmen. So müsste da gleich irgendwo eine Eislandschaft kommen. Ja, genau. Wenn du die große Karte öffnest. Achso, da kann man das jetzt auch sehen, ja. Ja. Na gut, liebe Freunde. Das war's von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.